Heute treten zwei Newcomer gegeneinander an, Raffinay, die auch schon von Schattenzirkel bekannt ist, und Seniorpasta, der seit Anfang des Jahres dabei ist. Raffinay Die Mutter versuchte, ihn wieder zu finden, aber der Junge blieb weiterhin verschwunden. Sie fand einen Polisofficer und bat ihn, ihr zu helfen. Er sagte, sie solle zum Grenzübergang gehen und solle dort warten, was sie danach tat, obwohl sie die Anweisung nicht wirklich verstand. Fünf, vierzig Minuten später erschien ein Mexikaner an der Grenze, mit dem vermissenen Sohn auf seinen Mann, und die Mutter rannte ihm überglücklich entgegen. Als der Mann realisierte, dass es die Mutter des Jungen war, ließ er ihn fallen und rannte weg. Die Polizei erwartete ihn jedoch schon. Der Junge war tot. Er war nur fünf und vierzig Minuten verschwunden. Doch in dieser Zeit schnitt man ihn auf, entnahm ihm seine Organe und ersetzte sie mit Beuteln voller Kokain. Der Mexikaner wollte die Drogen über die Grenze schmuggeln und so tun, als würde der Junge schlafen. Senior Pastor Ein texanisches Pärchen plante einen Trip zum mexikanischen Grenzgebiet, um dort eine Shoppingtour zu machen. Da in letzter Minute der Babysitter abgesagt hatte, mussten sie ihren zweijährigen Sohn mitnehmen. Sie waren etwa eine Stunde lang dort. Als der Junge sich losriss, wegrannte und dabei hinter einer Ecke verschwand. Die Mutter versuchte ihn wiederzufinden, aber der Junge blieb weiterhin verschwunden. Sie fand einen Police Officer und bat ihn, ihr zu helfen. Er sagte, sie solle zum Grenzübergang gehen und solle dort warten, was sie auch tat, obwohl sie die Anweisung nicht wirklich verstand. 45 Minuten später erschien ein Mexikaner an der Grenze, mit dem vermissten Junge auf seinem Arm und die Mutter rannte ihm überglücklich entgegen. Als der Mann realisierte, dass es die Mutter des Jungen war, ließ er ihn fallen und rannte weg. Die Polizei erwartete ihn jedoch schon. Der Junge war tot. Er war nur 45 Minuten verschwunden. Doch in dieser Zeit schnitt man ihn auf, entnahm ihn seine Organe und ersetzte sie mit Beuteln voller Kokain. Der Mexikaner wollte die Drogen über die Grenze schmuggeln und so tun, als würde der Junge schlafen. Schreibt uns bitte einen Kommentar, wen ihr besser fandet. Ihr habt bis Freitag, bis 23.59 Uhr Zeit zum Voten.